Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie kann man die Benachrichtigungen bei Twitter ausschalten oder halt dann auch wieder aktivieren? Das möchte ich euch im Video zeigen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man unaufgefordert irgendwelche Nachrichten im Handyfeed bekommt, die einen gar nicht interessieren und wem das nervt, das Ganze kann man ausschalten. Ich zeige euch jetzt wie. Wir gehen dazu oben links auf das Profilbild, gehen dann auf Einstellungen und Support und gehen dann auf Einstellungen und Datenschutz. Und jetzt könnt ihr hier so ein bisschen runtergucken. Da haben wir den Punkt Mitteilungen und hier gibt es jetzt die Möglichkeiten, das dann einzustellen. Gib an, welche Mitteilungen du sehen möchtest und welche nicht. Hier gibt es also eine Art Qualitätsfilter. Wir können auch stumm geschaltete Mitteilungen haben. Hier könnt ihr das Ganze dann auswählen, wie ihr möchtet. Wie ihr möchtet, aber das komplette Ausschalten oder Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen könnt ihr hier machen. Und zwar hier habt ihr jetzt die Push-Mitteilung. Da geht der drauf. Aktuell ist bei mir hier, wie ihr sehen könnt, alles aktiviert. Möchte ich jetzt einzelne Sachen zum Beispiel nicht haben, wenn ich jetzt neue Follower bekommen habe und ich möchte das nicht per Nachricht haben, dann mache ich den Haken einfach raus. Das gleiche hier vielleicht für Direktnachrichten bei Spaces etc. Also wenn ihr das ein oder andere nicht haben wollt, dann müsst ihr hier den Haken rausnehmen. Sagt ihr, ich möchte überhaupt keine Push-Benachrichtigungen haben, ich gucke einfach mal manuell bei Twitter rein, was da so gelaufen ist. Dann legt ihr hier oben einfach den Haken um und in dem Augenblick ist dann tatsächlich wirklich alles ausgeschaltet und ihr bekommt keine Benachrichtigungen von Twitter mehr. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann!